Jehaaa! Komm Mädels! Entweder werde ich immer besser oder sein Geruch immer stärker. Hol ihn dir, Maggie! Oh nein, das gibt's nicht. Auf Weier! Das ist eindeutig Bugs-Hufschrift. Wir lassen uns doch nicht von so einem doofen alten Trick aufhalten. Früher oder später werden all diese Linien wieder zusammenführen und dann... Oh nein, die Spuren! Los beeilt euch, wir dürfen die Fährte nicht verlieren. Welche Fährte? Ich kann gar nichts erkennen. Vorsicht! Eine Sturzflut! Schnell auf einen Hügel! Maggie! Na gut, ich hab da ge описании. Tja! Maggie! Tja! 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 Maggie, es reicht jetzt. Sobald dieses Unwetter nachlässt, machen wir uns sofort auf den Heimweg zu unserer Farm. Aber wir wollten doch Slim schnappen und die Belohnung kassieren. Wir hatten sowieso nie eine Chance, diesen Slim zu erwischen. Dieser lächerliche Plan hat doch nur zum Ziel, dass du dich an diesen Viehdieben rächen kannst. Hey, nur zu deiner Information, Gräfin. Dieser lächerliche Plan dient nur der Rettung unserer Farm. Unsere Farm hatte gute Überlebenschancen, bis du da aufgekreuzt bist. Was soll das denn auf einmal heißen? Stolzierst herum mit deinem vulgären Show-Kuh-Gehabe. Moment mal, ich hab doch nur... Vergeudest unsere Zeit mit deinen halbseidenen Ideen. Im Laufe der Jahre hat Patch of Heaven jedes Unheil überstanden, das die Natur zu bieten hat. Aber du, Maggie, bist die größte Katastrophe, die jemals über uns gekommen ist. Tja, wenn du das wirklich so siehst, dann sollten wir von jetzt an besser getrennte Wege gehen. Der erste vernünftige Vorschlag, den ich von dir höre. Gut, 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 gut. Ja, gut. Ich hätte mich aber auf einer blöden Farm sowieso nie zu Hause gefühlt.